Prima! Das Öl ist zwar nicht wahr, schmeckt nicht. Es ist nicht immer möglich. Ein bisschen Vitamice und dann gibt es Spray. So. Prima! Prima, Willi Bär. Ui, bleib mal hier, Spatz. Fresschen musst du machen. Komm. Komm hier, Schatz. Ui. Du magst nicht, ne? Ich weiß. Aber was musst du machen? Du brauchst wie sonst, komm. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Hey! Schnell gehen. Willi Bär. Komm mal her. Pick ich dich hier noch? Ui, siehst du, ist gar nicht schlimm. Prima! Prima! Leder Stumpf! Ich weiß, es ist doof. Oh, mein Schatzlöckchen. Fein! Na, ganz toll machst du das, mein Bärchen. Körbeierabsch. Du kannst schon mal viel mehr drauf nehmen. Lass du jetzt alles gut nennen. Du solltest sie mir erst. Lass mir das schon mal. Prima, komm hier. Ui, ich weiß, du magst nicht, aber es muss sein. Na toll, prima. Prima, fein. Gefein, Schatz, komm hier. Ui, schau, wie so ein bisschen noch, komm mal. Ganz toll, die Nähe ist ja schon beliebt. Ganz toll, das hat es gemacht. Ganz toll, komm hier. Du dich wohl geschmückt. Und Schatz.